Willkommen bei Reißermusik. Ich darf Ihnen heute unsere Orchester-Tuba 791 vorstellen. Eine Fünfviertel-Tuba in gedrungener Bauweise. Ich stelle die Teile etwas näher vor. Unsere Tuba ist komplett aus Goldmessing gefertigt. Der Korpus, Bügel, Züge, Bögel, alles aus Goldmessing gefertigt. Das hat für Sie den Vorteil, keinen Zinkfraß. Die Langlebigkeit ist gegeben. Der dunkle Sound durch das Goldmessing trägt weit und ist absolut für Orchester geeignet. Schauen wir weiter. Die Züge. Innen- und Außenzüge sind aus Neusilber gefertigt. Die Maschine ist vierventilig, serienmäßig. Die Ventile sind eingeschliffen. Die Mini-Ballgelenke sind klapperfrei. Auf der Rückseite, in den Schraubdeckeln, ist zum Einstellen der Höhe, sind Madenschrauben verbaut. Man kann also hier auch immer das Höhenspiel abstellen und einstellen. Das Mundrohr ist auch aus Goldmessing gefertigt für Langlebigkeit. Sie führt chronisch zu einer Bohrung von 21,2 Millimetern für den dicken Sound dieser kleinen Tuba. Das Schaltstück hat einen Durchmesser von 470 Millimetern. Trotz der gedrungenen Bauweise und das große Schaltstück, ein Wahnsinns-Sound für die Größe. Vielen Dank und wir freuen uns, Sie willkommen zu heißen bei Reisermusik in Ulm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017